Hallo und herzlich willkommen zurück zu Town of Salem mit dem Krian, mit dem Tony, mit dem Blankwolf und dem Gark. Moin moin, ich heiße meine Rolle. Ich bin Mafia. Hallo. Ich in gewissen Umständen. Ich bin Town. Also Tony ist dann Emni. Emni? Ich bin Classic. Richtig. Ja, du sagtest in gewissen Umständen. Ich stehe an zweiter Stelle. Ah, okay. Ich bin der Obere. Also ist Gark der Godfather und Alex der Framer. Ne, warte, Framer war unten, oder, Krian? Jupp. Okay, dann ist es Alex der Bafiose und Gark der Godfather. Ich lebe noch. Ich auch. Der nicht. Chucken nicht, der hat keinen Bock mehr. Uh, Tod durch Askei. Interessant. Eskal oder Jailer. Wer ist es? Junkie Chicken. Junkie Chicked. Das ist der Framer. Oh, das ist nice. Kann man machen. Jo, finde ich gut. Warum ist der Tony bei mir auf einmal so leise? Was ist da los? Keine Ahnung. Tony ist immer leise. Ich habe nichts getan. Oh, die Mafia hat gar nicht getötet. Wirklich? Hätten ja früh auf. Whispern welche. Sind beide Mafia. Eindeutig. Das ist immer suspicious. Das ist ja schlimm, dass die kein Englisch sprechen. Ach nö, nicht schon wieder. Ah, Alex. Bist du Forrest? Schön wär's. Ich muss mich schon sehr beherrschen, sowas nicht zu schreiben. Das wär sonst echt... Ich weiß nicht, dass du's bist. Ja, das wär sonst zu offensichtlich. Wen tötet ihr heute? Wahrscheinlich mich. Okay. Du bist Mafia. Du bist Town. Town. Gark und Dingsinn. Gark möchte mich aber tot sehen. Jeder will dich tot sehen. Inklusive jedem hier Anwesenden. Ich leb aber noch. Oh, jeder tot. Ist also keine große Kunst. Oh. Ja. Ich dachte bis eben noch, ich hätt was Gutes gerissen, weißt du, und dann sowas. Natürlich sagt Spanova das. Pala soll Sheriff sein. Der natürlich gewahrblockt wurde. Toll, dass die Person da irgendeine Sprache auch noch verbessert, ohne dass wir wissen, was es denn heißt. Ey, Alex ist Forrest, 100%. Wieso? Weil nur du über das Bullshit dich da schreiben. Vielleicht sind wir nur Seelenverwandte. Das wäre irgendwie schwierig. Na, der Punkt ist halt, ich kann mir vorstellen, dass es genug Leute gibt, die das ankackt, wenn da irgendjemand ausländerisch schreibt oder anderes ausländerisch als Englisch. Und das ist auch nicht so mega. Das kann man dann irgendwie im Deadchat machen. Da ist es ja nicht mehr relevant. Und da werden die Punkte ja immer noch in Englisch rübergebracht, wenn es was Wichtiges ist. Aber ansonsten... Das ist schwierig. Wir hatten ja mal eine Runde mit drei, vier Schweden. Ich habe überlebt, jetzt bin ich stolz drauf. Na toll. Ich glaube, Gaga ist Veteran. Ich behaupte, Gaga ist Veteran. So wie die, was die gemacht hat, für mich Veteran. Ich sage Jailer. Das war die andere Möglichkeit. Und was ist Toffee? Was sagst du? Blöd. Ja, irgendeine Town-Rolle. Ich sage Tod. Invest. Irgendeine Town-investigative Rolle. Haben wir drei von. Lookout nah dran. Forrest wurde besucht. Interessant. Vielen Dank. einfo ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Okay, ich bin tot. Oh, Jailer oder Veteran? Jailer. Ah, hab ich nicht mitgenommen. Du warst, was du Peller. Ja. Du warst Town, oder? Nee. Okay, passt. War trotzdem random irgendwie so ein bisschen. Ich war Jailer. Wieso, was hast du denn geclaimed in Jail, bitte? Ich hab Lookout geclaimed schon in der ersten Nacht. Also doch, du. Ich wusste, dass du das bist. Ja, aber Random Town ist halt schwierig. Warst du denn, Alex? Was ich war? Ja. Ich hab'n langen Willen hinterlassen. Siehst du doch. Schöner letzter Wille. Mag ich. Schick'n Like. Der Witz ist halt, Medium hat gesagt, man hätte irgendwen besucht. Ja, kann das sein, durch Toffee. Ja, naja, klar. Ja, das war mir aber Proof genug. Der Witz ist halt, ich hab halt auch Lookout geclaimed. Das heißt also. Ja gut, aber der Lookout weiß doch, ob noch jemand anderes Gaga besucht hat, außer du. Wenn nur du Gaga besuchst, musst du die Killingrolle sein, fertig, aus. Nicht unbedingt. Er hätte ja auch selber sagen können, er ist der Mafia, er hat Lookout geclaimed. Ich rate jetzt einfach mal und sag irgendwen. Hätte derjenige nicht Medium geclaimed, wäre das Medium am Tag nicht angekommen, hätte ich dich ja nie mitgenommen. Hätte ich's der Town nämlich hinterlassen. Ja, hab so viel gemacht, wie ich konnte. Dass ich den Sheriff mitgenommen hab, war ein bisschen dumm. Musst schnell jemanden auswählen, und zwar aus Versehen der Sheriff, aber sonst. Letzter Wille ist sogar teilweise zu lang gewesen, muss ich den kürzen. Ja, das ist sau-nervig, sowas. Ich glaub, das Ding haben wir eigentlich jetzt gewonnen. Kann gut sein. Haben wir nur noch einen übrig? Ich glaub auch, ich weiß, wer du bist, Enkos. Weiß ich. Ich hab mir schon gedacht, dass du das weißt. Das war klar. Das war klar, dass der Garg jetzt auf mich geht. Woher soll ich wissen, dass du das bist? Ja, aber es war klar, dass du jetzt auf den Doktor gehst. Ja. Warte mal, die weiß ich, die weiß ich, weiß ich. Weiß ich. Als ob ich wirklich auf den Sheriff gehe, wenn noch Mafioso ein Gottfader lebt. Also bitte. War klar, dass es Black Hole sein wird. Bodyguard Claim ist immer so eine Sache, sag ich jetzt Gottfader auch. Ich hoffe, dass die jetzt meinen letzten Willen lesen, dass Salem zu 100% vertrauenswürdig ist. Hab ich dem Medium auch geschrieben gerade. Der war auch schon beim Lookout. Also bei Toffi war er schon richtig. Dann hättest du nicht reinschreiben dürfen, dass ich Doktor oder Escape bin. Ja. Dann hättest du es löschen müssen nach dem Dinges. Weil dadurch hast du mich quasi jetzt geopfert. Ja. Aber ist egal. War halt klar, dass Salem die Sache jetzt eigentlich reißen muss. Oh, seit wann hast du denn bitte dieses Haustier gar? Schon weg noch. Echt? Krass. Ja. Ich hab aber sonst, naja, halt nur die Classic Skins gehabt. Ach was. Cool, wusste ich gar nicht. Ach, sie hat das Baumhaus geholt. Nett. Das Baumhaus sieht in der Pixeloptik eigentlich ganz schön aus. Kann ich dir nicht sagen. Außer der Ice Tower, der ist halt nicht verpixelt. Also nicht im Blöck. Es war aber klar, dass Bodyguard-Claim gefährlich ist. Hätt ich auch gemacht. Eherer Bodyguard hätte dich beschützt. Ich glaub übrigens, dass du Salem bist, Blackboard. Ja, bin ich auch. War klar. Hab ich irgendwie geahnt, dass du es bist. Ja, ich hab am Anfang direkt den Lookout erwischt. Das ist natürlich geil, wenn du sofort dadurch confirmed bist. Das ist saugut. Dann bin ich, hab ich halt dich kontrolliert und dein Lookout an derselben Nacht auch. Also steht ja auch der Lol dahinter. War halt dann nett, weil ich dadurch confirmed konnte, dass du Town sein musst. Ich wusste, du musst investigative Rolle sein oder Random Town Protective. Was anderes konntest du nicht sein. War dann sehr nett. Ah, wie scheiße, ey. Erst einen Ink, den Muten erwischt. Miss Kitty war Sky. Der Herr, der Hale. Echt? Ja. Hä? Ja, ja, war auch Miss Kitty Spy. Das ist krass. Das ist böse. Würde ich mal sagen, GG. War nett. Danke, dass du mich von dem SK gerettet hast. Gern geschehen. Und dann, ciao Leute. Tschüss.